So, herzlich willkommen. Ich bin nach R92 und ich hab mir gedacht, endlich mal den Multiplayer zu starten. Wie ihr seht, ich bin noch Level 1. Das ist gerade wirklich mein erstes Game, was ich suche. Ich hoffe, ich finde jetzt eins. Spielmodus gefunden. Erreichen Sie Ihre Ziele. Die Spielsitzung beginnt sofort. Okay. Also es ist anschaulich. Ach, Kopfjagd. Alles klar. Also, Kopfjagd. Eine Gruppe versteckt sich, die andere Gruppe jagt. Ähm. Ich bin gespannt, ob es jetzt erst losgeht oder ob wir schon mitten in der Runde sind. Ich bin gespannt, ob es jetzt losgeht. Ihr Team hat die Führung übernommen. Ihr Ziel ist es, sich zu verstecken und zu punkten. Als Team gemeinsam versteckt, erhalten Sie mehr Punkte. So. Unsere Gegnerin ist die Puppenspielerin. Hören wir also auf das Flüster. Ja gut, immerhin habe ich einen betäumt. Also, ist klar, die Fähigkeitsverdienung kann ich erst ein bisschen umändern, wenn ich ein paar Level höher bin. Ach, wir sind alle in Gruppen unterwegs. Ich habe nur ein Fähigkeitspaket. Okay, ich dachte, es wurden wieder zwei fertig erstellt. Na, was soll's. Och Gott. Kopfjagd. Seit einer halben Ewigkeit nicht gespielt. Ach, schade. Ich dachte, ich bin nicht gespielt. Aber das war ich nicht. Aber hey, fuck off. Pumpte sind Pumpte. Ich bin sogar Erster aus meinem Team. Es legt mich auf die passiven Fähigkeiten nicht zu lang. Die ist zu sehr schwer. Oh Gott. Oh Gott. Hey, Heimatzerleuchtung. Egal, wie wir führen. Ich hätte niemals gedacht, dass mein erstes Game... Kopfjagd. Ach, du musst ja weg. Nein, du musst doch weg. Nein. Nein. Ah, immerhin, es gibt 7 Mäutsch an mich. Ja, gute sind gute. Gut, ich schneide es mir nicht so gut ab. Ich hab bei 3 Minuten oder eigentlich mein Brother war ziemlich gut, um einfach zu schnitteln. Oh Gott, weil es im Spiel leidet. Weil es im Spiel leidet, das ist extrem. Das wollen wir nicht. Ah, bestimmt 2 auf mich. Ah, ich bin nicht... Ah, bestimmt 2 auf mich. Ich bin nicht... Ah, es zeigt alles so eine Sache. So Tag war uns dann doch noch bei dem Teamkamera Och, verflucht Der ist ja auch minimal besser als Ich bin sechsmal gestorben Puh, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich auch viele kille Naja Ich bin gespannt, was für ein Absehrung ich dann bekomme Ja Das dachte ich mir Also bei Mausranden funktionieren nicht immer das ist was Gut, das war dann also Schade Oh Gott, ich bin gar nicht gut im Jagen Oh Gott, ich bin gar nicht gut im Jagen Ich kenne die Karten leider noch nicht so gut Also wie denn auch Das erste war jetzt Multiplayer Ähm, Assassin's Creed 4 Ach, schade Normalerweise sind es aber die Aber hey, was soll's Die haben ja gar nicht so viel CD auf den Bütz Das ist ja gar nicht so gut Ach, was soll ich ihn sind Ach, werk Ach ich muss Was eclipse wieder Hein, aber Schade Ja Also eigentlich möchte ich unbedingt den Titel Künzel erlangen, aber jetzt muss ich gucken, dass ich den Attentat über 450 Punkte hinkriege. Das war wahrscheinlich nicht so einfach, was sein wird. Also 5x700 Punkte oder so, dann müsste ich schon den Bronzerakt, so der Künstler freigeschaltet haben. Oh, das sieht so cool aus, wie der rüberjumpt. So, gleich wiederbeleben Punkte noch. Punkte sind Punkte, umso mehr, umso besser. So, jagen wir im Nudeln. Das war okay. Boah, die da hinten, okay. Noch eine Minute. Stopp! Ich will meinen ersten Platz nicht abgeben. Noch 30 Sekunden. Raffiniert. Das ist natürlich echt raffiniert. Aber wir haben trotzdem gewonnen und wie es aussieht, bin ich auch mehr. 290 Upstable Credits, okay. Ach, ich habe viel getötet. Äh, ärgerlich. Aber hey, was soll's. Die Klette. Die Klette. Haha. Joa. Level up. Jaa. Vielen Dank.